hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem youtube kanal heute mal nicht aus den bergen sondern ich stehe in neuss in nordrhein westfalen und zwar geht es heute in die skihalle wie man hinter mir sieht heute machen wir hier ein kleines video zum einfahren in die neue saison gute unterhaltung und viel spaß leute also jetzt will ich hier mitten in der skihalle wie man sieht das ganze ist aufgeteilt hier letztendlich drei pisten gibt es gibt einmal hier vorne einen kleinen schlepplift dann der große sessellift und ganz links weiß nicht ob man das sehen kann da ist noch mal eine ganz kleine piste mit dem förderband für absolute anfänger ich würde sagen wir fahren hier einfach mal locker diese anspruchsvolle piste runter wie man sieht drei vier schwünge ist man tatsächlich auch schon unten aber es ist fürs einfahren wirklich ist okay okay Also gut Leute, das war es jetzt hier mit dem Video aus der Skihalle, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal in einer Skihalle wart und wenn ja in welche und wie hat es euch gefallen, würde mich mal interessieren. Ansonsten kann ich sagen, so eine Skihalle lohnt sich für alle die, die in der Umgebung einer Skihalle wohnen, also die keine weite Anreise haben. Dafür lohnt es sich schon so ein bisschen zu rutschen. Der Schnee ist nicht schlecht und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder bei echtem Schnee in den Bergen, von daher ganz wichtig abonnieren, nicht vergessen, einige Videos sind in Produktion und dann sehen wir uns bald wieder, vielen Dank, bis bald, ciao. Bis bald.